Hey Lesefreaks, willkommen bei Schwarz auf Weiß. In diesem Video möchte ich euch meine liebsten Zermonienbücher von Walter Mörs vorstellen. Hier kommt meine Top 8. Ganz unten auf der Liste steht das Labyrinth der träumenden Bücher. Dieser Roman ist eine Enttäuschung für mich gewesen und nicht nur für mich. Es ist der Nachfolger des Romans Die Stadt der träumenden Bücher. Leider kann dieses Buch überhaupt nicht an die Qualitäten seines Vorgängers anknüpfen, und zwar in keiner Weise. Im Buch kehrt der Lindwurm und zermonische Meisterdichter Hildegunst von Mythenwetz nach Buchheim zurück und betritt nach wirklich endlosem Hin und Her und quälend langweiligen Einschüben erneut das Labyrinth unter der Stadt. Jetzt könnte es eigentlich spannend werden, aber genau an diesem Punkt endet der Roman urplötzlich. Böse Zungen behaupten, dass Walter Mörs die Ideen ausgegangen sind. Leider an dieser Stelle also keine Leseempfehlung, sondern im Gegenteil. Finger weg, wenn ihr euch pure Langeweile ersparen wollt. Auf Platz 7, die Stadt der träumenden Bücher, Teil 1 und 2, illustriert von Florian Biege. Für Liebhaber von Graphic Novels ist das genau das Richtige. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum die Bücher von Walter Mörs, die ja viele Illustrationen haben, noch mehr Bilder benötigen. Aber in diesem Fall ist das Experiment geglückt. Biege schafft es, diese ganze Handlung zu fokussieren und in seinen Zeichnungen bekommt das Ganze etwas Filmisches, weil er so nach der Five-Shot-Technik verschiedene Perspektiven anwendet. Das ist super illustriert. Für meinen Geschmack sind die Romane trotzdem besser, weil dieser spezielle Humor von Walter Mörs da besser transportiert wird, insbesondere was Sprachspiele angeht. Trotzdem so als Standalone sind die Graphic Novels zu empfehlen. Auf Platz 6, vielgescholten, Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr. Dieses Buch dürfte es eigentlich gar nicht geben, Walter Mörs hat es dazwischen geschoben, als er gerade keine Ideen für den nächsten Mythen-Mits-Roman hatte. Auch hier in diesem Buch stehen die Illustrationen nicht von Mörs selbst, sondern von Lydia Rohde, die Mörs überhaupt zu dieser Geschichte erst inspiriert hat. Heldin des Romans ist die zermonische Prinzessin Insomnia, die von einer Krankheit gequält wird. Sie findet partout keinen Schlaf, hat Migräne, Halluzinationen und diese Prinzessin erhält Besuch von einem Nachtmahl, der ist mal Freund und mal Feind. Dieser Nachtmahl bringt sie dazu, auf eine abenteuerliche Reise durch ihr eigenes Gehirn zu gehen und sein erklärtes Ziel dabei ist es, dass sie in den Wahnsinn zu treiben und dass sie am Ende Selbstmord begeht. Das hört sich jetzt brutal an, als es im Buch ist. Einige dieser Ideen werden die Leser schon aus dem Käpt'n Blaubeer kennen, wo es auch so eine Reise durchs Gehirn gibt. Trotzdem ist es fabelhaft illustriert und das ganze Buch hat in meinen Augen nur einen Schönheitsfehler. Es dauert viel zu lange, bis es überhaupt in die Gänge kommt. Nicht wenige Leser haben deswegen noch vor dem ersten Drittel entnervt aufgegeben. Das ist ein Fehler. In diesem Fall kommt das Beste wirklich zum Schluss und nach dem ersten Drittel steigert sich das Buch mit jeder Seite. Auf Platz 5 vor kurzem erschienen der Büchertrache. Es sind nur 160 Seiten, viele Bilder dabei, deswegen ist es ein echter Zermonien-Quickie. Erzähler dieser Geschichte ist der Buchling Hildegunst II. Buchlinge, wie die meisten hier wissen dürften, sind kleine Bewohner der Katakomben von Buchheim und diese kleinen Zyklopen lernen die Bücher von zermonischen Dichtern auswendig. Hildegunst II zum Beispiel das komplette Werk des naturischen Vielschreibers Hildegunst von Mütmetz, der ja als Autor der meisten Zermonien-Romane fungiert. Im Buch begibt sich dieser kleine Buchling auf eine Mutprobe in den Katakomben und dort trifft er auf den legendären Büchertrachen und der erzählt ihm seine legendäre Geschichte. Das ist witzig, es hat ein paar unerwartete und ein paar absehbare Wendungen. Das Buch lebt von den Illustrationen und von den teilweise wirklich urkomischen Anekdoten des Büchertrachen. Das ist sehr unterhaltsam und weil das Buch so schmal ist, gibt es obendrein, oder eher gesagt hinten dran, noch eine Leseprobe des angekündigten Zermonien-Romans Die Insel der 1000 Leuchttürme. Hier wird das Hildegunst von Mütmetz auf diese Insel verschlagen und es deutet sich so an, dass es im Plot dramaturgische Ähnlichkeiten zur Stadt der träumenden Bücher geben wird. In diesem Buch kommen keine Buchlinge und auch kein Hildegunst von Mütmetz vor. Unser Held hier ist eine Kratze mit dem schönen Namen Echo. Das bedeutet Echo sieht aus wie eine gewöhnliche Katze, spricht aber tatsächlich alle zermonischen Sprachen, die es gibt. Die Kratze mit dem phänomenalen Gedächtnis hat ein bis dahin sehr beschauliches Leben geführt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem seine Besitzerin das Zeitliche segnet. Verfolgt von Straßenkötern und kurz vorm Verhungern wird dann die Kratze von dem Finstelling Sukupius Eispin aufgelesen. Der Alchemist ist ein Bösewicht par excellence. Der nimmt Echo das Versprechen ab, dass er ihn aufpäppeln wird. Im Gegenzug dazu darf der Alchemist ihn einkochen nach einem Mond, was Echo natürlich umbringen wird. Deswegen will der Karte diesem teuflischen Pakt entkommen und versucht, seinen Hals noch aus der Schlinge zu ziehen. Dazu sucht er sich, so wie im Märchen, einige Verbündete und versucht, dem fiesen Eispin das Handwerk zu legen. Der Roman ist ziemlich dick und stellenweise ganz schön brutal. Mörs liefert hier ein grandioses Spektakel an Ideen. Er sprüht vor Einfallsreichtum, die Handlung überschlägt sich und trotzdem ist es alles sehr feinkonstruiert. Das ist ein tolles Buch, ein toller Mörsroman und ganz klar einer meiner Favoriten aus dem Zermonienkosmos. Platz 3. Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Das ist die Geburtsstunde Zermoniens überhaupt. Eine aberwitzige Autobiografie eines Seebären. Und das ist hier bitte wörtlich zu nehmen. In diesem Abenteuerroman wandert Käpt'n Blaubeer fast den kompletten Zermonischen Kontinent ab und erlebt ihre Abenteuer als Zwergpiraten in einer Nussschale. Er besteht eine fleischfressende Insel. Er marschiert durch die süße Wüste. Er wird von Professor Doktor Abdul Nachtigala ausgebildet. Und er schwingt sich schließlich zum Lügengladiator von Atlantis auf, bevor das Buch nach 700 Seiten und vielen wunderbaren Kapiteln seinen gewaltigen Bogen schließt für ein etwas kitschiges Finale. Das ist trotzdem grandiose Unterhaltung, schöne Bilder, interessante Schauplätze in ganz Zermonien. Das macht das Ganze zu einem Must-Have für Zermonien-Fans. Nicht zu empfehlen hingegen ist das Hörbuch von Dirk Bach. Das habe ich vor vielen Jahren angehört und das hat mir diesen Walter-Mörsch-Kosmos gründlich verleitet. Also Buch lesen und alles ist gut. Auf Platz 2, die Stadt der träumenden Bücher. In diesem Buch macht sich der arrogante und selbstgefällige Dichter in Speehildegunst von Mythen mit, nach dem Tod seines Dichtpaten auf die Welt zu entdecken. Seine Reise führt ihn nach Buchheim, denn er hat das Monuskript eines unbekannten Autors in der Tasche, das besser geschrieben ist als alles, was er bisher in die Krallen bekommen hat. Ehe er sich es versieht, wird Hildegunst in einer gewaltigen Intrige verwickelt und findet sich bald in den Katakomben von Buchheim wieder. Das ist ein gewaltiges Labyrinth unter der Stadt. Und schon in der Stadt dreht sich alles um Bücher und die Buchproduktion. Ein Höhepunkt des Buches ist ganz klar die Beschreibung Buchheims mit all seinen Besonderheiten. Das ist, um es zusammenzufassen, ein feuchter Traum für Bibliophile. Das Labyrinth hingegen steckt voller Gefahren, voller Monster und voller gefürchteter Bücherjäger, deren Aufgabe ist es, aus den Katakomben verschollene Antiquitäten herauszuholen. Natürlich kommt es auch zu einer Begegnung mit dem zuvor sehr spannend eingeführten Schattenkönig. Das ist ein Roman mit einem tollen Spannungsbogen und einer guten Erzählgeschwindigkeit. Das ist spannend, der Held ist super splenig und auch teilweise herrlich unsympathisch. Es gibt einige Überraschungen. Das ist ein klasse Roman, der wirklich keine Wünsche offen lässt. Ganz oben auf dem Treppchen steht für mich Rumo und die Wunder im Dunkeln. Pate für diesen Termonien-Roman sind klassische Heldensagen. Auch hier geht es um eine Heldenreise, die aber wesentlich rustikaler vonstatten geht. Unser Held ist der Wolpertinger Rumo. Wolpertinger sind große, bärenstarke Hundmenschen, die aufrecht gehen können. Wir erleben Rumos Geschichte von seiner Geburt bis zu seiner Jugend. Rumo muss erst überhaupt mal zu einem Held werden, bevor er sich dann auf die Suche nach seiner großen Liebe machen kann. Auch Rumo verschlägt es irgendwann in die Unterwelt. Dort muss er dann nicht nur seine geliebte Rahler befreien, sondern auch das komplette Volk der Wolpertinger retten. Auch in diesem Roman gibt es ganz viel harmonisches Lokalkalorie, Lokalkalorie, tolle Figuren, tolle spannende Handlungsorte und es hat überhaupt den stärksten Zug von allen Zermonien-Romanen. Als Leser kommt man überhaupt nicht dazu, zum Atem zu holen. Es ist spannend, es ist lustig, es ist emotional, also ganz großes Kino. Ausgelassen in diesem Ranking habe ich Weihnachten auf der Lindwurmfeste und das Zermonische Märchen Insel und Krete, weil ich diese Bücher einfach nur nicht gelesen habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst hier einen Kommentar da, schreibt, was euer Lieblingsbuch von Walter Mörs ist, warum es das ist. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.